Borgia es verändert einen ich habe gespielt getrunken Schweinehund nicht mehr lange und geholt es geht nicht gut hier mit dem Schlimmste hier können wir nicht mal her da stehen sie und warten auf uns und da sind auch viel zu viele die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden wie unbotsame Grausamkeit verlassene Kinder jetzt verabschieden wir Gesetz über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern das ist sehr schön für dich hier sammelt Gelder für falsche Vorhaben um eure Spielschulden zu begleiten falsche Vorhaben ich wäre interessiert daran sie zu verfolgen sobald ich finanziell in der Lage dazu bin habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht das ist das bedeutendste das ich hinterlassen werde schon arm hier ist es nicht sicher wir müssen weiter super ich glaube langsam das wird noch eine lange Reise werden hier hier aus dem Weg du scheiß Pferd Mensch danke sehr Moment da oben gibt es glaube ich auch nichts ihr seht uns nicht ihr seht uns nicht ihr seht uns nicht komm her Mann weglaufen kannst auch mal anders so wollen wir hier wachen da vorne haben wir wachen warten wir mal gerade so dann leg mal los meine lieben Assistenen sehr gut da kann ich ja weiter gehen da oben sind auch Wachen überall hier sind Wachen na super das ist auch nicht so gut wir können nicht anhalten zu viele Wachen na guck mal er wird angegriffen auch cool man ist mitten in der Sequenz und er wird angegriffen ey ich will nicht erlauben lass mich in Ruhe ich hab nichts damit zu tun schnauze was los weiter guck spätestens hier hätten wir ja Probleme gehabt daher hätten wir ja nicht weiter gekommen stehen zusammen die kleinen Sänkereien die unsere Stadt aufreiten also dann weiter geht's immer schön folgen Senator Tor ok die sind blind das gefällt mir macht es mir einfacher ja 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 ich mach so viel böser böser Mensch ja jetzt müssen wir gleich hier runter und müssen wir nochmal oben rum und ach Gott oh oh ich brauche nochmal ein Assassinen oh ok ich brauche doch kein mehr aber ja ja den kriege ich jetzt auch nicht mehr auch egal ich bin ich bin bald eh gesucht es ist aber gut hier böser oh triffst du auch mal oh 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 tsch triff doch auch gar nix hier dann machen wir es eben so hallo, zielen schießen fertig weitergehen So viel zu tun hier. Ich helfe mal mit. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Oh, der war nicht gut, sagen wir es mal so. Oh, jetzt reicht es mir aber. Mein Gott. Es kann ja nicht so schwierig sein, diesen Lappen hier zu töten. Hallo. Einfach töten. Wie wäre es damit? Einfach töten. Mein Gott. Muss ich nochmal alles hin dazu rufen. Weil alle zu blöd dafür sind. Lass mich durch hier. Hallo. Ist doch klar, dass er die ganze Zeit getötet wird hier. Also, danke sehr. So, Senator. Wir gehen weiter. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Mein Gott. Ich bin verwirrt. Wenn wir hier richtig. Ja, endlich. Mein Gott, was für eine dumme Aufgabe hier. Ui, tun wir es. Verdammte Briefe. Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Geld bringt es das geringste Problem. Für den Zugang zu dieser Erinnerung werden 3000 Flügel benötigt. Haben wir. Weiter. Hopp. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Tue ich auch nicht. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behalte die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann? Lasst ihr sie verschwinden? Dieses Petzel, die Merder, mag mich hassen. Aber er ist Familie. Aber wenn, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Joa, das machen wir. Dem Geld folgen. Dem Senator folgen, der seine Rückzahlung zum Bankier bringt. Während der Verfolgen des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Ach du Scheiße. Ohne, super. Ohne, super. Hihihi. Beim Treffen belauschen auch noch. Ich weiß, dass es nicht gut war. So, weiter geht's. Pfeilhagel verfügbar. Auch gut. Sehr schön. Okay, das sollte eigentlich nicht gemacht werden. Aber, naja, was soll's. Pfeilhagel, das war knapp. Das hat auch schlimmer ausgehen können. Aber dann sind wir ja schon, das heißt, wir haben hier kein Problem. Gut, dann belauschen wir das mal, ne? Äh, Gidio. Seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Hat dir irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohl auf. Und? Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Ja. Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagt er dir? Oh, oh, spring nicht runter. Fall nicht runter. Scheiße. Bitte seht das nicht. Fuck. Ah, scheiße. Ja, natürlich immer diese Scheißwachen. Komm, geht weiter. Ich warte drauf. Obwohl, ich werde mir lieber den... ...Bogen, na, Bogen ist ja nicht, aber den... ...die Armbrust ausrüsten. Ey, ja, ich sehe doch alles. So, wo geht ihr denn her? Jetzt muss ich auch noch rüber. Hopp. Oh, guck mal einen an. Direkt auf dem Weg. Passt ja perfekt. Bin ich hier überhaupt richtig unterwegs? Oh, ja, bin ich. Aber ich muss mich beeilen. Ich muss drauf achten, wo die Wachensee hier sind. Okay. Du hast nichts gesehen. Psst. Ich seh doch alles. Ist doch alles gut hier. Ich werde auch nicht den Boden berühren. Keine Sorge. Das wäre noch viel zu... ...viel zu schwierig hier. Okay. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, stimmt. Da war es, glaube ich. Ich versuche gerade zu überlegen, wo ich denn eigentlich im Endeffekt hin muss. Oh. Oh, ich habe ihn gerade im letzten Moment gesehen. Das war knapp. Hätte ich gesehen. Hätte der mich früher gesehen, dann wäre es das gewesen. Gefährlich. Gefährlich. Das war nicht die Aktion. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall.